Guten Tag zusammen, heute ist es am 16. März und ich möchte euch ein Konzert für euch sein. Ich möchte euch ein spezielles Konzert, ein Konzert digital, und ich hoffe, dass die Kanzler gefallen hat, und dass die Kanzler, die ihr gesehen habt, und ich möchte euch mit einer der Kanzler, die hier ist die Kanzler Musiker. Viel Spaß! Die Kanzler Musiker der Kanzler orchestr sticky Die Kanzler служbt Der Film ist mein Mann, der die Influenz hat, für uns in der Montage, welche, welche, die die Zitze, die Buntz, nicht alle Stems. Ich hab die Lust, dass die Bibel, die Stems hat. Hast du ein Mann, hast du ein Mann. Hast du ein Mann, hast du ein Mann. Hier ist die Musik, Musik 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 Musika, Musika, Musika Hier ist Musika, Musika, Musika Hier ist Musika, Musika, Musika Musika! Das war die erste Song. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir auf die zweite Song, die eine, die ihr euch vorstellt. Das war die Song, die wir vorstellt haben. Eine Song für unsere Biala-Wall, die sich selbst zu sehen. Die Song ist die Namen, Valada. Musik 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 Ich würde auch sagen, dass ich meine Gitarre stimmieren und ein Tocke. Das ist die nächste Kanzone, die ihr möchtet. Das ist die erste Kanzone, die sich registriert wird. Das ist die erste Kanzone. Das ist ein Top Pop-Romansch, mit dem Namen Mia Olma. Ich hoffe, dass dieses Konzert digital abgibt. Für mich ist das eine cool Erfahrung. Ich hoffe, dass es ein Kanzone gibt und es auch ein Kanzone gibt. Ich freue mich auf die Kanzone Mia Olma. Steu Sauns, Steu Legers. Und die Tocke lautere, in dein... ...Wirkonzert. ... 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